Moin, herzlich willkommen hier auf unserem Surfshow in Norddeutsch YouTube-Kanal. Mein Name ist Michat Vogel und heute redet sich alles um das Windsurfen und zwar um den Wasserstart. Ja, der Wasserstart gibt eine völlig neue Freiheit. Es geht los, dass ihr mit kleineren Boards fahren könnt und ihr könnt euch natürlich im Tiefen bewegen und wisst ihr kommt auch mit kleineren Material, wenn der Wind etwas stärker ist, immer wieder auf euer Board und könnt starten. Ist natürlich ein dynamisches Manöver zum Starten und schauen wir uns jetzt mal an. Was solltet ihr auf alle Fälle können? Beachstart, der sollte sitzen, der sollte aus dem FF laufen und auch ganz gut, wenn der Beachstart schon aus dem etwas tieferen Wasser funktioniert, dann ist es ein minimaler Schritt zum Wasserstart. Was ist so die Schwierigkeit beim Wasserstart? Ja, das Board auszurichten und vor allem mit Segel schwimmend auszutarieren. Da geht es einfach um diese Basisübungen, die wir immer wieder gemacht haben beim Starten, beim Beachstart, nämlich Segelhandling, dass ihr in der Lage seid, mit ein, zwei Fingern euer Segel zu handeln, dass ihr verstanden habt, wie könnt ihr euer Segel leicht stellen und wie bekommt ihr Zug rein, um für den Wasserstart fit zu sein. Ja, beim Wasserstart, wir schauen mal, es ist genauso wie beim Beachstart, nur dass wir jetzt da eine Etage tiefer sind und ja, der Hebel einfach ein bisschen größer ist und das Segel braucht deutlich mehr Zug jetzt und wir mehr Technik, damit wir hochkommen und nicht gleich auf der Leerseite wieder einen Abgang machen, einen Waschgang. Das heißt, was machen wir? Bevor ihr startet, schaut mal, dass ihr in der Lage seid, euer Segel zu handeln. Wenn ihr das Segel drehen müsst, dann könnt ihr einfach hergehen, dass ihr einmal kniend die Seite wechselt und von hinten nach vorne durcharbeitet, bis ihr zum Galbum herkommt, weil, wenn ihr das Brett im Wasser legt, ist euer Segel top, immer der leichteste Punkt, um das Segel erstmal rauszuziehen aus dem Wasser. Wenn ihr hier vorne seid, geht die Masthand ganz weit am Galbum vorne ran, schaut erstmal, dass ihr das Segel mit einer Hand ausbalanciert, die hintere Hand macht noch gar nichts und das Segel ist so ausgerichtet, dass der Mast immer fast quer zum Wind schaut, auf Halbwindkurse ist. Geht ihr mit dem Segel zu weit nach Leer, richtig, dann luft euer Board an, zieht ihr das Segel zu weit vorher schon rüber, dann wird der Druck stark zunehmen und das Brett dreht auf Rommwindkurse. Es fällt ab auf Leer, es geht nach Leer und fällt ab. So, jetzt habt ihr eine gute Position gefunden und bringt praktisch meinen Körper so nah wie möglich ans Board ran. Ähnlich wie beim Beachstart, geht jetzt das hintere Bein, lege ich drauf und wenn das drauf ist, kann ich schon, ja, so ein bisschen Steuern helfen, ich kann ein bisschen abfallen, indem ich mein Masterbill rüber nehme, ich kann ein bisschen anlufen. Entscheidend ist, dass ich nicht zu toll mit der hinteren Hand zu früh anziehe, weil dann habe ich das Problem, dass man das Gabel am Ende wieder ins Wasser abfällt und ich kann wieder von Neuem anfangen. So, wenn jetzt die Böe da ist, mache ich mich fertig, zack, ziehe mich hoch, bringe meinen Körperschwerpunkt möglichst eng zum Board, übers Board, gehe hoch und vier hinten auf, so, dass mein Segel möglichst wenig Zug hat. So, nochmal das Ganze, ich sitze hier, bringe mein hinteres Bein schon hoch, ja, jetzt ist Zug da, ziehe mich mit dem Gabel schräg nach vorne bei der Abfallbewegung hoch, bringe meinen Körperschwerpunkt möglichst rasch übers Board und vier dann mit der hinteren Hand auf. Wenn ihr nicht aufhört, geht jetzt einmal weiter direkt nach Leer. Diese Übung hilft euch, um zu verstehen, wie der Wasserstart funktioniert. Macht es ruhig, auf beide Seiten, in beide Richtungen, damit ihr, wenn ihr dann mal im Wasser draußen liegt, beide Seiten schon geübt habt am Land und das wird euch helfen. Ich hoffe, für dich war was dabei, gerne kommentieren, gerne liken, gerne verbreiten, das hilft uns natürlich, dass wir den Kanal, ja, dass du mit dem Kanal mitwachsen kannst, lernen kannst und wir sehen uns natürlich irgendwo auf der Welt, mit Sicherheit in Norddeutsch und da am Wasser. Tschau sehr, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. birth 2 2 3 4